Das ist Finn und er mag es mit Stein zu spielen. Außerdem blieb Finn Dörfer. Also haben wir heute für ihn das optimale Reiseziel. Soll ich kritiken, du sollst du nicht. Ich dachte, du wirst schneller. Ja. Digga, du bist seit drei Stunden später oder früher. Oder später. Zwei. Wir haben zwei Stunden im Bodensdorf gestanden. Hier ist ein Regen. Wir sind mitten in der Stadt, Digga. Nee, nicht im Bodensdorf, Digga, in Nürnberg. Wir sind einfach... Wir haben nicht eine Sekunde am Stau gestanden. Wir haben nur am Stau gestanden. So, dann machen wir eine kleine Roomtour hier. Ja. Du bist geil. Du kannst auch Füße hören. Alle der Schaute, ja. Also, alle der Schaute. Also, kannst du heute mal aus? Du kannst mal die Augen. Ah. Einfach mal aus. Ich will den Nachdenken. Shit, 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 shit. Schild, ey, dann geh weiter. Ey, sag dir alles. Ja, gut. Du gehst zu gern nach Hause, ich mach dir mein Auto nicht mehr an. Ich schmeck dir eine Banane. Beim Arm hier! Bei wem? Äh, restaurant. Sieht gut aus, Junge. Aber Wetter ist gut. Stinkst du nur noch. Ein bisschen schon. Ich dachte, ihr habt extra Essen gekauft. Ja mein Bier, wer will Bier haben? Ihr müsst im Auto schlafen. Also wenn es so weit regnet. Dann sagt er, einfach auf den Berg angucken. Wurzeln, auf den Berg. Auf den Berg. So, hier. Schön auf die Linse. Wolltest du noch gestartet worden? So. Was findest du? Ich komm mit Max. Ey, die haben ja in Oslo keinen Konten, ne? Äh, doch schon. Ich glaub schon. Und euch eine Pfandflasche für eure Sammlung hier. Falls ihr welche habt. Mega Filmen, das würde ich auch nicht gepennt haben. Cheers. Scheiß. Scheiß. Oh. 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 So. Wir sind der Lösereich. Jetzt sind die gefickt. Oh, Juni, Alter, вид worden für mein scheiss Blätterarmacht, ey Wichser. Was? Ich voll bei mir so aus meinem Blätterarmst. Dann kann ich eigentlich schon schlafen. Schlafen und wichsen. Mein Traum ist ja hundertprozentiger. aber die sind aber so klein sonst klein und weil die nicht reif sind aber das sage ich ja wenn man deko nimmt wenn man eigentlich reife fertige weintrauben der körper flüssigkeit immer noch wasser ohne bruder ja mich nicht gar nicht also meine magenschmerzen sind nicht weg aber immer schon mein tipps drauf haben okay aber meine lippe habe ich dann noch die creme verkrustet aber außen gut ist schon verkauft wird ja schon marina fragen jetzt man sieht dich hin als gut jetzt mit was frühstücken gehen wir gehen so frühstücken ich habe es aber arbeiten dann sagten wenn du dich treffen möchtest immer der liegt ja nicht finn und max auf dem weg zu ihrer sucht junge jugendliche mit einem junge jugendliche junge erwachsene leider mit einer rauchersucht im frühen alter fangen die damals schon an 14 jahre durch freunde und coolness heute ist nur noch schwer ich kratze das alles raus und du triffst mich immer im kiez weil ich da nicht beangeh na wie geht's warten auf pommes currywurst gerade über den hunger 30 grad sind wir doch und du hast tats und chain und brille und haare ja das ist doch vollkommen normal das haben die menschen hier nicht nein die haben aber nicht so ein drift das österreich ich hab hunger auf mich machen die meine pommes currywurst gut sonst können die eine andere brust haben sonst können wir das geld nicht so willkommen in österreich schön aus ich hab Angst Das ist die Geschichte von mein Baker, der Meanest Cat von Old Chicago Town. Das war's für heute. 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 Ich glaube, du machst die Stadt kaputt. Nein, nein. Ich erobere die Stadt. Also kaputt. Ja, ich mach sie kaputt und baue sie weiter auf. Aha. Das ist für orange, Digga. Das ist gefährlich. Wo denn? Geh mal, ey. Das ist ne Berg... Berg... Boah, da geht... Schön gut landen. Boah, hat das da. Wuh! Wuh! Das war's für heute. Und wie war's dir? Wo? Ja. Hier in Willach. In Willach checken wir gerade aus. In Steindorf, Österreich. In Steindorf war's entspannt. Bisschen zu behindert gestern. In Steindorf war's. In Steindorf war's. So süß. Fuck, girl. Du bist klein Penis, eigentlich. Du bist klein Penis, eigentlich. Du bist klein Penis, eigentlich. Totzen ergerlich, dass ihr die Worte... Heute bin ich ja auch schon da. Heute bin ich schwit, Dig. Heute bin ich schwit, Dig. Ich habe gestern, die Dings mich rausnächt. Wuh! Scary! Das war's nicht lange. Ich muss uns ein Bild anpassen. Es war's. Es war's. Fuck! Oh, nochmal. Da war der Capri. Perfekt. Sauber Parcours früher, ja. Tausendmal. Wurde hier mit diesen Kisten alles voll gestört. Da hab ich 6 Underground gedreht. Hier? Nein. Das war so ähnlich wie sowas hier. Das war so ein altes wiegt. Hey. Hey. Digger, aber wer... Irgendwo hier könnte so fett Strolls machen, Digga. Na, ich muss. Ich krieg mich auch noch einen Schiff aufgefregen, danke. Hey, du mit meiner Sprungkopf. Boah. Ja, dann, ne? Boah. Der überspringt einen, Alter. Und jetzt ist der Mann, Digga. Ah, komm mal. Hier richtig zugelassen und so. Das braucht ihr eh. Und so. Alter. Alter. Was da? Verpiss mit dein Scheißding, Alter. Du bist so ein Hände hier. Ich muss den 2 und nur... Alter. Und Max direkt ist her. Genau. Let's go. Man. Flash kick. Alright, got it. Nice. Wuuu. 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 Let's go. Ich habe einen Seifel von Finn auf Video. Oh, mir tut alles weh, Digga. So was ist denn? Bam. Man. Nice. Action. Holy shit. Hohohoho. Holy fucking shit. Ski. Ah, ich brauche ihn gleich rein. Ja, komm an. Drehst du es zu? Fuck man. Dann mal sofort par, außer die Frage. Ich hab's gedacht, dass wir jetzt immer so drauf haben, was ich eigentlich vertreten ist. Puppen, weiss. Puppen. Fuck man. Ja. Wasрей hat den Lustig gekipp, weil was? Tch. Bältchen. Das ist hier also kaputt. Mmmh. Ha. Made in China! Feel my shit, life's a real, ich kann es sehen, yeah! Das ist mein Punkt, sie handelt mir als Blick, noch ein Boulevard durch die Nebelschicht. Ich hab' den Song wieder die Welt, die Ratte ich um mich um mich um mich, ich weiß, dass es dir gefällt, yeah! Sogar eine Linke, oh mein Gott, ich glaub's, der ist es! Boah, saftig, Alter! Seht ihr das, seht ihr das, Freunde? Das ist der Himmel auf Erden! Aufstieg der Inka! Alter, Seefahrer, Händler und Barbaren! Was hast du noch nicht gespielt? Inka und Barbaren! Ja, wie, wo soll ich denn durchfangen sind? Als ich, dass du mit deinem Einen drauf bist, war er, was hast du nicht zu sein! Aber du hast gar nichts davon, wenn du denn, wie du denn, wie du das bollst. Ja, wie! Wenn du das, was dich du! Das ist ja da, oder wie, wenn du denn, Wenn du die Frau hier ist, Ja! Also die Frau hat dich dir in den ersten Augen! Ja, ich gleich gesagt! Das war noch, dass du mein Name ist. Spann! Zack, 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 Zack! Ich glaube, es wäre noch nicht besser, wenn wir in der Wolke chillen. Besser Fragen! Nur ne Frage, also unten, wenn wir runterfahren, ist halt irgendwann der Regen weg, weil wir halt in der Wolke chillen gerade. Ja, dann lass ein bisschen runterfahren. Ist gefährlich. Ist gefährlich. Ja, aber ich bitte frau, das Ding ist, Jake kann sein Auto nicht ausmachen, weil sonst springt sie nicht mehr an. Ja, kann sein Auto nicht ausmachen. Wenn wir stehen bleiben, ist es zu schlecht. Okay. Wir können einfach ein bisschen runterfahren. Dann gehen wir. Okay. Okay. Ja. Ja, war klar. Ach, boah. Warte, ich muss kurz meine Scheibe. Ich verstehe mich nicht, ne? Hm. Warte, um eine Woche. Hey, Daniel. Da oben ist irgendwo ein Wanderweg. Das ist Sunnys Club. Was für ein Wanderweg. Das hier. Ach. Wiese Tage unterwegs. In der Wildnis. Und hier bin ich noch kein Wanderweg. Ich bin ein Wanderweg. Ich bin ein Wanderweg. Jetzt versuche ich mal zu vloggen. Hier, warte mal. Ich hab' den riesen Ding. Ich hab' den riesen Ding. Ich hab' den riesen Ding, ja. Also. Wir besteigen grad den Mount Everest. Nausjueher. Das ist nicht ohne hier. Der Dave ist eine Maschine mit seinem Gehstock. Das steht hoch, als wäre das gar nichts, weil ich sterbe. Der Dave ist geboren dafür. Der leitet uns wie ein Hötchen zur Quelle. Das war eine Kastane. Sie haben diese spitzen Dinge an. Der wirft die Ex so ein bisschen weiter weg, dass ich sie nicht fange. Und ich renne da so Hölder und fangen die ein. Und ich bin voll der Eingriff. Finn, bist du schon am spülen? Finn, zeig mir, was du da hast. Ich habe Halsschmerzen. Ich habe eine Garten einschieben. Und dann habe ich wieder einen guten Hals. Von den ganzen Spermaschlucken gestern. Genau. Das würde ich bis zum Anfang in den Arsch schieben, Digga. Kein Bock mehr, das in den Arsch zu schieben, Digga. Wie schiebt sich das Ding rein? Oh, Junge, Digga. Das geht richtig schlapp zur Sache, Digga. Riechst du? Riechst du? Ey, Bruder, wenn ich das irgendwann im Video sehe. Ich schwöre, ich komme zu dir und tu mir das Ding noch vorne reintun. Dann scheiche ich dir ein Kopfkissen, Digga. Du bist das Ding. Ich will das nicht so killen, wenn ich dir ehrlich bin. Thanks, dude. Voll schreien wir die durch, ja. Danke. , Hauパ Werner. Du bist das Ding. Ich schreien die Hals. Aber wir sind die Hals nicht. Hier war's eine Halsin. Ich bin Vad, Halsin. Ich kann mich nur die Halsin. And I'll teach you how to shine 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 Forget about what your dad just said I'll teach you how to shine We're going back in time I'd like to teach you to try I'm packing thoughts through tunnels in your mind I'll fix you mushroom tea And cross the restless sea Releases out to escape reality We'll be back in time Look at you I'll be back in time We'll be back in time So I'll be back in time Vielen Dank.